Das fühlt sich an wie, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, wie Radfahren mit Gegenwind. Ich kann die Nahrung, die ich zuführe, nicht in die Energie übersetzen, die ich bräuchte, um gut leben zu können. Ein Großteil dieser ernährungsbedingten Erkrankungen hat ja eine gemeinsame Ursache. Alles ist so mühsam und ich bin so müde und eigentlich fühle ich mich erschöpft. Was tue ich? Was kann ich denn dann tun? Also wenn der Ofen nicht zieht, dann verwenden wir Brandbeschleuniger in der Ernährungsmedizin. Und wir kennen diese Brandbeschleuniger und Brandhilfen sehr genau. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Gespräch, bei dem es um unser Wertvollstes eigentlich geht, nämlich um die Gesundheit und um das Wohlbefinden. Meine Gäste kennen Sie schon, Dr. Dietmar Rösler. Er ist Ernährungsmediziner und beschäftigt sich intensiv mit allem, was uns helfen kann, uns wohl zu fühlen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und Mag. Norbert Fuchs. Er ist Pharmazeut und eigentlich ein ganz alter Hase in dieser Richtung. Der macht das schon seit 35 Jahren. Heute geht es um die Kraftwerke in unseren Zellen. Das klingt irgendwie seltsam, ein Kraftwerk. Aber es ist von Energie ja immer viel die Rede. Wie schaut denn das in unserem Körper aus? Wer erklärt uns das? Vielleicht fange ich an mit einfachen Worten. Die Kraft jede unserer Körperzellen verfügt über Energiekraftwerke und die Fachleute nennen diese Energiekraftwerke Mitochondrien. Das heißt, diese Mitochondrien erhalten den Energiehaushalt unseres ganzen Körpers auf Schwung und je nachdem, welche Funktion eine Zelle oder ein Organ hat, ein Herzmuskel zum Beispiel oder eine Leberzelle, die brauchen sehr viel Energie, weil sie sehr stoffwechselaktiv sind und die verfügen pro Zelle über bis zu 10.000 dieser mini, mini, mini Energiekraftwerken. Und eine andere Zelle wieder, Entschuldigung, wie eine Bindegewebszelle, die eigentlich nur so diese Bindegewebsfasern nachbilden muss, die hat vielleicht nur 10, 15 Mitochondrien pro Zelle. Wenn ich höre Energie, dann weiß ich, naja, wenn ich etwas esse, dann esse ich es, weil es mir hoffentlich schmeckt und weil ich meinem Körper natürlich auch Energie zuführe. Aber so einfach ist das ja nicht. Ich schlug runter und dann passiert irgendetwas und dann werden die Kraftwerke aktiv. Oder wie soll man sich das vorstellen? Naja, im Prinzip ist es eigentlich einfach, weil das ist ja der Grund, warum wir unsere Lebensmittel auch in Kalorien kategorisieren. Kalorien ist ja nichts anderes als eine Wärmeeinheit. Das heißt, wie viel Wärme gibst du mir pro Gramm? Und wir wissen ja zum Teil aus schmerzlicher Erfahrung, manche Lebensmittel sind sehr kalorienreich. Das heißt, sie geben uns viel Wärme, aber der Kaloriengehalt alleine sorgt uns noch nichts darüber aus, wie wertvoll dieses Lebensmittel dann auch ist, das wir konsumieren. Was passiert eigentlich, wenn das Kraftwerk nicht funktioniert? Weil aus verschiedensten Gründen, das wirst du uns erzählen. Das fühlt sich an wie, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, wie Radfahren mit Gegenwind oder wie nur bergauf gehen. Also es fühlt sich alles, was man macht, mühsamer an. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Energie in der Zelle, die man ja über den Mund, über die Nahrung zuführt, dann nicht gut umgewandelt wird in diese Zellenergie, von der wir leben. Man muss sich das nur vor Augen führen, der energieloseste Zeitpunkt im Leben ist der Tod. Und da tritt die Leichen starre ein zum Beispiel. Das sieht man an den Muskelzellen, dass wenn die keine Energie haben, dann werden die starr. Und diese starre, das ist auch eines der Symptome, das man als erstes bemerkt. Also jede chronische Muskelverspannung, also Leute haben oft so Nackenverspannungen oder Wadenkrämpfe. Das wird dann oft pauschal auf Magnesiummangel oder so zurückgeführt. Oder falsche Haltung. Oder falsche Haltung oder beides natürlich. Das kann aber natürlich doch schon ein Frühwarnsignal sein, dass da die Energieproduktion oder die Energieübersetzung in der Zelle nicht funktioniert. Was läuft da schief? Esse ich das Falsche? Nehme ich das Falsche zu mir? Oder fehlt mir etwas Essentielles, das dem Kraftwerk es nicht möglich macht zu funktionieren? Eine Kombination aus beidem wahrscheinlich. Und zwar, wir führen ja, um Energie zu produzieren, Brennstoffe zu. Das sind Kohlenhydrate und Fette grundsätzlich. Und wenn man zu viel von denen zuführt, speziell bei den Kohlenhydraten ist das so, dann kann es sein, dass wenn die Verbrennungsmotoren oder die Kraftwerke eben nicht gut funktionieren, dass dann ein sogenannter Stau entsteht. Ich habe zu viel Brennstoff für zu wenig Öfen oder für zu wenig Kraftwerke. Und dann macht der Körper Folienes, er macht eine alternative Energieproduktion, das heißt er vergärt das dann. Er verbrennt das nicht, sondern er vergärt das, was zu einer Laktatproduktion zum Beispiel führt. Und das belastet wiederum die Zelle. Und dann kann es eben sein, dass wir zu viel Energie über die Nahrung zuführen, aber in der Zelle zu wenig übersetzt wird und ankommt. Und dann melden sich die Organe, die am meisten Energie verbrauchen. Das sind bei den meisten Menschen das Gehirn, bei allen Menschen das Herz und bei vielen Menschen die Leber. Entschuldigung, da muss ich jetzt lachen, man sagt ja vielen Menschen nach, dass sie da sehr sparsam die Energie einsetzen. Bei denen würde sich eine Mitochondrienstörung dann auch weniger bemerkbar machen. Aber nehmen wir an, das ist wirklich ein Mensch, der wirklich Denkarbeit verrichtet, dann wird er merken, dass er die Konzentration vielleicht nicht so lange aufrechterhalten kann. Bei einer Leberunterfunktion, weil die Mitochondrien dort nicht so gut arbeiten oder weil man dort Probleme hat, dann verträgt man zum Beispiel Alkohol viel schlechter als gewohnt. Das merken die Leute dann. Das ist so ein Symptom, das ein Frühwarnsignal sein kann. Oder wenn der Herzmuskel schlussendlich bei leichten Belastungen schon überreagiert, das heißt der Puls geht dann viel schneller nach oben bei normalen Belastungen. Also ich gehe über die Stiege und habe 140 Puls dabei, dann ist vielleicht das System überlastet, weil es die Energie nicht hat. Oder ich kriege Verspannungen, Muskelkrämpfe, sowas in die Richtung. Das sind so Frühwarnsignale, die mir sagen, da könnte bei den Mitochondrien vielleicht eine Störung vorliegen. Das heißt, ich kann die Nahrung, die ich zuführe, nicht in die Energie übersetzen, die ich bräuchte, um gut leben zu können. Was fehlt mir denn dann? Du hast erklärt, man kann auch zu viel zuführen und dann hat das eine dämpfende Wirkung auf die Funktionsfähigkeit. Aber was könnte mir denn fehlen? Welche Elemente, die verhindern, dass das gut funktioniert, das Kraftwerk? Wenn wir das Kraftwerk mit einem Ofen vergleichen, dann kann es sein, und den Ofen kann ich heizen, das wissen wir, mit Öl oder mit Holz. Also mit Fett oder Kohlenhydrat schlussendlich. Wenn wir zu viel Holz und zu wenig Öfen haben, dann kann ich das nicht adäquat umsetzen. Oder wenn der Ofen nicht zieht, das kennt man auch, wenn die Belüftung des Ofens nicht funktioniert. Sprich, wenn die Mitochondrienfunktion eingeschränkt ist, dann kann ich das auch nicht adäquat umsetzen. Und das kann an vielen, vor allem Nährstoffmängeln, hängen. Und man weiß, dass in der Natur diese Nährstoffe, die für Mitochondrien notwendig sind, das sind B-Vitamine, das ist Magnesium, das ist Coenzym Q10, das ist ganz wichtig in den Mitochondrien, L-Carnitin, Alpha-Liponsäure, solche Sachen, die kommen vor allem in tierischen Lebensmitteln vor. Und da wieder in mitochondrienreichen Organen. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn man Hirnleistungsstörungen hat, müsste man Hirn essen. Wenn man ein schwaches Herz hat, müsste man Herz essen. So einfach gesagt. Aber da ist das drinnen, was das Herz dann braucht natürlich. So einfach ginge das? So einfach ginge das. Es tut nur niemand, weil Innereien zu verzehren. Also Leber zum Beispiel ist eines der nährstoffreichsten Lebensmittel, die wir überhaupt auf unserem Speiseplan haben können. Aber es ist verbönt, das zu essen. Und es wird, glaube ich, mehr weggeschmissen als verzehrt. Und so leicht würde es gehen, das aufzufüllen. Das legt ja wirklich den Schluss nahe, dass früher die Versorgung wesentlich schlechter war und die Leute nicht so viel gehabt haben. Aber dadurch, dass da nichts weggeschmissen wurde und das auch Innereien selbstverständlich gegessen und verwendet wurden, weil da wäre die Not zu groß gewesen, so etwas wie jetzt wegzulassen, dass die dann besser versorgt waren. Ja, definitiv war das so. Man kann es auf den Punkt bringen, wir haben früher und zwar nicht aus Vernunft oder aus Wissen um den Wert der Gesundheit unserer Nahrung, wir haben aus Sparsamkeitsgründen, wir haben einfach viel mehr Grundnahrungsmittel konsumiert, als wir das heute tun. Und die Lebensmittelindustrie, die sich zwischen Produzenten, unsere Produzenten sind ja die Bauern und wir sind die Konsumenten und die Lebensmittelindustrie, die sich da hinein keilt in dieses Beziehungsverhältnis, versucht diese Grundnahrungsmittel dann zu veredeln, raffinieren. Und in Wirklichkeit sind diese industriellen Schritte verbunden mit enormen Qualitätsverlusten. Also im Prinzip, viele, oder Dietmar Rösler wird mir zustimmen, ein Großteil dieser ernährungsbedingten Erkrankungen hat ja eine gemeinsame Ursache, nämlich ein Missverhältnis der Zufuhr von Kalorienträgern im Vergleich zu den Mikronährstoffen, die dafür zuständig sind, dass wir diese zugeführten Kalorien auch gut verarbeiten können. Und so kommt es dann zu Depressionen, zu Schlafstörungen, zu Lernstörungen in der Schule, zu Herz-Kreislauf-Beschwerden, zu Entgiftungsblockaden in der Leber. Das sind ja alles mitochondrienreiche Organe. Und wenn die zwar die Energie kriegen, aber die Energie nicht optimal umsetzen können, ja dann funktionieren sie nicht optimal. Eigentlich ist es sehr logisch und sehr einfach. Wir kennen ja das Problem, dass immer mehr Kinder in der Schule sitzen und Medikamente nehmen müssen, weil es nicht geht. Sie sind unruhig, sie machen nicht mit, sie können sich nicht konzentrieren, sie sind fahrig und auffällig. Aber könnte es sein, dass die Art der Ernährung da wesentlich dazu beiträgt? Ich meine, Kinder essen in der Regel gerne etwas Süßes und kriegen das auch mit in die Schule teilweise. Könnte das einen Einfluss haben? Natürlich, das ist wahrscheinlich die Ursache sogar. Wenn wir Kinder mit hyperkalorischer Ernährung füttern, mästen vielleicht, und die haben eine Mitochondrienstörung, weil sie eben auf dieser Ebene unterversorgt waren, durch falsche oder einseitige Ernährung. Das passiert bei Kindern leicht, weil die Kinder oft so picky eaters sind und nur das Essen, was ihnen schmeckt. Und das ist meistens süß und hochkalorisch. Und dann haben die zu wenig Brennöfen oder schlecht funktionierende Brennöfen und wir überfrachten diese Brennöfen mit Brennstoff, mit Zucker. Und dann hat das Kind zu viel Zucker im Blut und zu wenig und zu viel in der Zelle, aber es kann es nicht umsetzen und muss dann ständig, und das ist diese Hyperaktivität, die dann durchschlägt, es muss ständig durch Handlungen, die gewisse Hormone provozieren, die dann den Blutzucker anheben, entweder eben über Aktivität oder über Zufuhr von zuckerhaltigen oder kalorienhaltigen Nahrungsmitteln, diesen Level aufrechterhalten, sonst fallen die in ein Energieloch. Und um das zu verhindern, sind die hyperaktiv und machen durch ihre Bewegungen und durch ihre Muskelarbeit, steigern die künstlich den Blutzucker, um ein gewisses Level halten zu können. Das ist interessant, das, was Sie jetzt schildern, kenne ich in der Praxis. Ich lerne mit einem zwölfjährigen Buben und der hat genau dieses Problem und der kommt bei mir zu der Tür rein und schaut schon, ob es irgendwo was gibt, ob es halt eher einen Kuchen gibt, wenn er fertig ist und das möchte er gleich haben. Und er könnte ununterbrochen essen, hauptsächlich Süßes und kann sich überhaupt nicht konzentrieren und kriegt Medikamente. Das ist ja ein Gespenst. Sie schildern dieses Kind. Das ist nicht nur dieses Kind, das sind viele Kinder und das ist schlussendlich eine Abhängigkeit von diesem zuckerhältigen Nahrungsmittel. Das heißt, die müssten eigentlich so etwas wie einen Entzug machen und das ist natürlich schwierig, weil dann im Entzug eskaliert das ja. Das heißt, das ist eine, und die Gegenstrategie wäre ja, das gar nicht so weit zu kommen, kommen zu lassen, sondern dass man eben gerade bei Kindern darauf schaut, dass die vollwertige und biologische Grundnahrungsmittel konsumieren, auch Fleisch und auch eben Mitochondrien-Nahrung, weil dann diese Abhängigkeit von diesem Zucker nicht entsteht. Wenn man einmal da drinnen ist, dann kann man natürlich entweder medikamentös das machen, das machen ja viele, weil man funktionieren muss, weil die in der Schule die Leistung bringen müssen. Die ursächliche Lösung wäre aber, die Mitochondrien, dieses Jungen, also dieses Kindes, dann wieder neu aufzusetzen. Und das wäre eigentlich ganz einfach. Man muss, man darf sie nur nicht abschießen mit zu vielen Kalorien. Das ist ein typisches Symptom, dass die Leute immer zwischen Mahlzeiten brauchen. Also die brauchen eine Stunde nach dem Essen schon wieder den ersten Snack, weil sie wieder in dieses Energieloch fallen, weil die Mitochondrien das nicht übersetzen können. und sie müssen eigentlich nur lernen, wieder mehr den sauerstoffbezogenen, den aeroben Stoffwechsel in der Zelle zu trainieren. Das heißt, die müssten spazieren gehen, die müssten Bewegungen der frischen Luft machen. Zehntausend Schritte am Tag wäre so ein Anfang. Die müssten beginnen, das Essen 40 Mal zu kauen oder den Bissen 40 Mal zu kauen, bevor sie ihn schlucken. Dann würden sie die kontinuierlichere Versorgung für die Zelle gewährleisten und sie müssten aufhören, diese Zwischenmahlzeiten einzunehmen, weil dadurch perpetuiert man und dadurch vergrößert man eigentlich das Problem. Es war so oft schon die Rede von einer Grundversorgung mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen, mit der man beginnen sollte, da etwas zu ändern. Ist das in diesem Fall auch wirksam? Oder kann man da nur sehr spezifisch etwas machen? Sie haben also jetzt schon viele Tipps gegeben, wie man etwas ändern könnte. Braucht man noch zusätzlich etwas? Also in der Erfahrung aus der Praxis kann man sagen, dass man beides braucht, wie du das angesprochen hast. Also sowohl diese Grundversorgung, die die Basis ist, wie beim Hausbauern, wie wir gesagt haben, also ohne Fundament wird das Haus irgendwann kippen. Und dann schon auch eine spezifische mitochondrial-orientierte Therapie. Das kann wirklich auch über die Ernährung gehen. Also man sollte wirklich da mitochondrienreiche Organe auch noch einmal essen. Die Pflanzen haben keine Mitochondrien, die machen Fotosynthese, die machen ganz was anderes. Das heißt, das kriege ich aus der pflanzlichen Ernährung nicht so raus. Und natürlich kann man das gezielt unterstützen. Und das ist dann mit verbunden mit einem Entzug oder mit einer Entwöhnung von dem Zucker. Das ist wie eine Sucht eigentlich. Also man muss das entwöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist auch für die Eltern dann schwierig natürlich, weil es Konflikte gibt mit den Kindern. Die verlangen das. Die sind süchtig dann auch. Wie ein Junkie nach dem Heroin, sind die süchtig nach dem Zucker. Und eine Entwöhnung ist schwierig. Das wissen wir alle. Und deshalb lieber nicht zu weit kommen lassen und einfach diese hochkalorischen Nahrungsmittel nicht verfügbar machen. Das ist so vielleicht ein guter Tipp auch. Also an Eltern, sie sollten vielleicht das nicht kaufen. Wenn es nicht da ist, dann ist es nicht verfügbar. Nicht nur nicht kaufen für die Kinder, sondern auch für sich selbst, weil es ist ja für Erwachsene auch manchmal ganz reizvoll, da immer wieder dazu zu greifen, zu etwas Süßen. Also das kann unter Umständen auf längere Sicht gesehen sehr, sehr schädlich sein. Ja. Und die Gegenstrategien wären halt alles das, was kurzfristig unangenehm ist. Also auf Essen verzichten, sprich Fasten zum Beispiel, ist eine Möglichkeit, diese Mitochondrien wieder zu vermehren. Das wissen wir, weil sonst wäre unsere Art ausgestorben. Also wenn wir bei Nahrungsmittelknappheit unsere Leistung gesenkt hätten, dann wären wir ausgestorben. Weil dann hätten wir das Mammut nicht mehr jagen können, das dann unser Überleben gewährleistet. Das heißt, im Zeitpunkt der Nahrungsmittelknappheit vermehren sich die Mitochondrien. Kälte ist auch ein Thema. Also Kälte oder Hitze zum Beispiel können dazu führen, dass der Körper mehr von den Mitochondrien aufbaut. Kälte ist da vor allem sehr gut, das Eisbaden zum Beispiel. Und eben Bewegung. Ich glaube, das ist auch nicht für jeden geeignet. Doch, glaube ich schon. Manche tun es, ja. Also das ist übrigens ein Symptom. Also wenn man immer friert oder wenn einem leicht friert, wenn man die Wärme nicht produzieren kann, schlussendlich die Kraftwerke produzieren ja nicht nur Energie, sondern auch Wärme. Und das kann man messen, wenn man die Morgentemperatur misst und die ist kontinuierlich unter 36 Grad, das ist bei manchen Menschen der Fall, dann kann man davon ausgehen, dass die körpereigene Energieproduktion vielleicht ein Problem hat. Und wenn man dann bestimmte Symptome auch noch hat, dann weiß man, was man zu tun hat. Wenn ich jetzt zu denen gehöre und manchmal gehöre ich dazu, fürchte ich, die das Gefühl haben, da komme ich gar nicht drauf über diese kleine Steigung und alles ist so mühsam und ich bin so müde und eigentlich fühle ich mich erschöpft. Was tue ich da? Was kann ich denn dann tun? Kann ich da irgendetwas zu mir nehmen, was mir hilft? Habe ich da zu wenig? Ich weiß es nicht. Vitamin C, Vitamin B, was auch immer. Oder kann man das nicht so einfach therapieren? Also wenn der Ofen nicht zieht, sozusagen, dann verwenden wir Brandbeschleuniger in der Ernährungsmedizin. Das kann man zuführen über die Ernährung oder über gewisse Produkte. Dazu gehören auf vorderster Front die B-Vitamine, die im Körper so etwas sind wie Arbeiter in einer Fabrik. Also je mehr B-Vitamine ich zur Verfügung habe, desto mehr Arbeitsschritte können abgearbeitet werden. Und gerade in den Mitochandrien ist das sehr wichtig. Da brauche ich auch Vitamin, Entschuldigung, Magnesium dazu. Dann, um das Ganze einschleusen zu können, braucht man Alpha-Liponsäure, das ist also ein spezieller Stoff, und L-Carnidin, das hilft vor allem die Fettsäuren hineinzubringen. Und ganz wichtig ist auch das Coenzym Q10. Das ist ein Stoff, der dann im Mitochandrium wirkt und der nur in Tieren vorkommt. Also der ist zum Beispiel bei Veganern sehr, sehr schlecht. verfügbar und dadurch meistens mangelhaft. Und dann kommt es eben dazu, dass sich das Leben dann anfühlt wie Radfahren mit Gegenwind. Und Brandbeschleuniger können auch sein, so kleine Nährstoffe, die die Funktion dieses Citratzyklus, das ist schlussendlich in den Mitochandrien, die Drehscheibe der Energie schlussendlich, die man da eben zugibt, um das zu beschleunigen. Das kann sein Fumarat oder Alpha-Ketoglutarat zum Beispiel. Das sind wie, ja, wie wenn Sie den Ofen einheizen und Sie geben so Zündfunken dazu, so Brandhilfen beim Grillen oder beim Einheizen. Das sind jetzt natürlich alles ein bisschen kompliziert, also diese Fachausdrücke. Als Laie wird man sich die gar nicht so einfach merken, aber mir würde es noch einmal darum gehen, gibt es so etwas wie eine Basisversorgung, wo jemand das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt auf das alles nicht achten, vieles trifft auf mich zu, ich habe diese Probleme, diese Probleme im Moment, dass ich zu wenig Energie habe, obwohl ich genug esse. Hilft da eine Basisversorgung sozusagen? Einmal als erster Ansatz. Ja, und natürlich hilft eine Basisversorgung. Das ist ja sehr einfach. Wir kennen das ja aus unserer Makrowelt. Wir können den Kachelofen befeuern entweder mit Holz, mit Brennholz oder mit Öl. Der Dietmar hat es bereits erwähnt. Und das Gleiche passiert in unserem Körper. Das heißt, entweder wir verarbeiten Kohlenhydrate, halt kein Holz, sondern Zucker oder Stärke oder eben Fette und Öle. Und aber es würde uns nicht weiterbringen, wenn wir jetzt diesen Kachelofen mit Holz voll füllen und der Ofen brennt nicht, weil ihm Streichhölzer fehlen oder Holzspäne, um dieses Feuer zu unterhalten. Und ganz wichtig natürlich, der Sauerstoff, der den Ofen durchzieht und das Gleiche haben wir in den Mitochondrien in unserem Körper. Und wir kennen diese Brandbeschleuniger und Brandhilfen sehr genau. Das ist Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin B3. Es ist Alpha-Liponsäure, dann gibt es noch das Q10, das der Dietmar angesprochen hat, Eisen, Schwefel. Also diese Brandhilfen, die wir brauchen, kennen wir. Und natürlich macht es Sinn bei diesen sogenannten Mitochondriopathien, das heißt also bei den Erkrankungen, bei denen eine Unterfunktion der Mitochondrien eine Rolle spielt, wissen wir, welche Mikronährstoffkomplexe wir zuführen können. Das weiß man heute. Also es gibt Hoffnung, würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht. Und selber muss man halt auch etwas tun und sich Gedanken machen, ob das gut ist, dass man genau das ist und genau so lebt, wie man lebt. Aber nicht mit Eisbaden. Ich habe direkt Angst davor, dass ihr mir irgendwann erklärt, Eisbaden mindestens einmal in der Woche macht das. Es gibt viele Wege, das ist einer davon. Kalte Dusche. Zum Beispiel, und auf die Ernährung achten und nicht überfrachten. Also das ist auch wichtig. Die Mitochondrien kann man abschießen, wirklich mit zu viel, wenn man immer wieder zu viel Kalorien zuführt, dann machen die Schlapp schneller und das wollen wir nicht. Dankeschön fürs Zuhören und falls Sie auch betroffen sind, dann hoffe ich, dass Sie rasch einen Weg finden, damit es Ihnen wieder besser geht und Sie nicht unterwegs sind mit dem Fahrrad bei Gegenwind, bei furchtbarem Gegenwind. Danke. Danke.